Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass es gut ist, keine Rückstände aufweist und die Umwelt nicht speziell belastet, erwarten wir heute alle von einem Produkt. Dass man dafür nicht extra nur zahlen muss, aber auch. Die Antwort von GOP auf die berechtigten Ansprüche und vielseitigen Erwartungen von Konsumentinnen und Konsumenten heisst ZEM. GOP exklusiv Marke. Die Herstellung in eigenen Betrieben oder bei Partnern, die unsere Qualitätsvorstellungen erfüllen, praktische Tests im Team GOP Kochstudio und bei der Non-Food-Qualitätssicherung, Kontrolle durch das GOP Labor für grösste Sicherheit, die zweifellose Herkunft, der naturnahe Anbau und die artgerechte Tierhaltung sind weitere Argumente, die für GOP exklusiv Marke sprechen. Eine Vielzahl dieser Produkte finden Sie jetzt schon in unseren Läden und neue kommen laufend dazu. Zum Beispiel die beiden Fondue-Frischmischungen, die unsere Fachleute im Käeszentrum Kirchberg für Sie zusammengestellt haben. GOP Spezialmischung aus ausgereiftem Greyerzer und Schweizer Raclette Käse und das feine, besonders cremige Moitié-Moitié mit halb Gruyère und halb Vachein Fribourgeois. Beide Packungen enthalten 400g frisch geriebenen Käse, also die ideale Portion für zwei Personen und einen gemütlichen Fondue-Abend, wo sein Geld wert ist. Und damit wäre auch noch ein weiterer Pluspunkt von GOP Exklusivmarken abgehäugelt, nämlich der günstige Preis. Sie haben schon lange kein Fondue mehr gemacht oder ist es Ihnen beim letzten Mal nicht so richtig gelungen? Mit den praktischen Kochtipps und den Anleitungen auf die Packung der neuen GOP Fondue-Mischungen ist der Erfolg garantiert. Vom Emmental und der Gruyère machen wir jetzt einen riesen Gump nach Mexiko. Statt Fondue isst man eh zwar lieber Tacos, Tostadas und Tortillas, aber auch in Mexiko hat man es beim Essen gerne unkompliziert und gemütlich. Alles, was Sie für die gesunde mexikanische Küche brauchen, gibt es bei uns von Old El Paso, der Traditionsmarken für mexikanische Spezialitäten. Unter anderem die unentbehrlichen Mexi-Beans, die wichtigsten Soßen und Tipps und natürlich Tortilla-Chips, Nutschips und die weltberühmten Taco Shells. Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde oder Gäste, nächstens mit Spezialitäten von Old El Paso und erleben Sie selber, wie schnell, wie farbig und wie abwechslungsreich die mexikanische Küche ist. Der zweite Beitrag im Markenfenster ist weniger exotisch dafür, umso schneller. Ein Faultreffer von Gigi nach nur wenigen Minuten. Schauen wir im Replay. Der Messerli stirbt nach vorne. Bediente Weissbrot. Ein sauberer Pass am Backofen. Jetzt ein heisser Lauf am Backofen und... Ja, bravo Gigi! Mit Gigi geht's easy. Gigi kann Schnitten von Gerber. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in aller Regel auch mitnehmen. Bequem sitzen und entspannen kann man auf dieser Form schönen Polstergarnitur und im Handumdrehen auch richtig gut drin schlafen für 1295 Franken. Gleicher Komfort bietet auch diese Echtlederausführung für 1795 Franken. Beide Polstergarnituren lassen sich mit dieser stillvollen Wohnwand in hellem Buchedekor für 995 Franken ideal kombinieren. In allen Gop-Top-Tipp-Ausstellungen kommen Sie jetzt übrigens auch den TV-Video-Wagen über für nur 79 Franken. Und nur bei Gop gibt es jetzt eine Neuheit in der Tretör-Abteilung. Es sind die beliebten Eierspätzchen in Naturaplan-Qualität. Zutaten sind aus kontrollierter biologischer Herkunft. Das Weizenmehl und das Sonnenblumenöl sind mit den Bio-Knospen ausgezeichnet und die Eier stammen aus tiergerechter Auslaufhaltung. Die Gop Naturaplan Eierspätzchen passen übrigens sehr gut zu Geschnetzeltem, zu Wild oder, wie der Vorschlag von Armin Amreim zeigt, auch ganz gut zu Pilzen. Grüezi miteinander. Richtig, und zwar mache ich mit diesen Pilzen ein Goulash. Und weil das bekanntlich in Ungarn und Österreich zu Hause ist, sage ich ihm jetzt ganz einfach einmal unbekümmert Schwammerl-Goulash mit Eierspätzchen. Die Speckwürfel in wenig Öl anrösten, fein geschnittene Schalotte, Peperoni, Tomatenpüree und verdrückte Knoblauchzehe dazugeben und weiterrösten. Das Paprikapol vorbeifügen und mit Bouillon ablöschen. Alles ein wenig reduzieren lassen. Rande dazugeben und noch einmal einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmi abschmücken. Jetzt die geputzten und gewaschten Pilze in Öl sortieren. In die Soße geben und mit gehacktem Peterli vollenden. Die Eierspätzchen kurz im Anken schwenken, mit Salz, Pfeffer aus der Mülle und Muskennuss würzen und zusammen mit dem Schwammerl-Goulash servieren. Wer will, kann das Rezept übrigens auch ohne Speck zubereiten und hat dann ein vollständiges vegetarisches Gericht. So oder so wünsche ich allen einen guten und wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Ganz ein anderes Thema sind die beliebten Preisvergleiche. Vergleichen Sie doch diese einmal. Midi-Rösti gibt es bei uns als 3 für 2 für 5,30. Und Alicope Quattro-Joghurt im Viererpack kostet 1,80. Drei Packungen Pampers Boy & Girl Baby 3 Plus und Premium Stretch nach Wahl gibt es für 35 Franken. Viel Freude macht auch das Fotografieren dank der Aktion vom GoFotoservice. Für Erstaufträge, Nahabstellungen und weitere Arbeiten zahlen Sie nur noch den halben Preis. Abgeschlagen hat der Himbeersirup 1 Liter, kostet neu 3,30. Ausserdem offerieren wir Ihnen Bratpfannen aus Inox mit Antihaftbeschichtung in verschiedenen Grössen schon ab 1990. Tja und auch ich lasse für heute nichts mehr anbrennen. Danke Ihnen fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. 8md.